Und da es hier schon abgeht mit den Fans, wollen wir das doch mal versuchen mit dem Dezibelmesser, das Lärmmessgerät, wir versuchen das noch einmal. Also gut, dann bitte, Christina, du bist sehr fair mit den Leverkusener, ein dritter Versuch. Also mal schauen, ob es jetzt noch lauter wird. Hier wird nichts unversucht gelassen, um einen neuen Rekord aufzustellen. Und geht los. Auf die Plätze, fertig, Lärm. Und das heißt, Christina, knapp drunter. Knapp. Aber man sieht, es wird eine enge Geschichte, aber das war jetzt schon ganz nah dran. Und das Geräusch einer Kettensäge haben wir aber auch schon wieder erreicht vom Lärmpickel, nur damit Sie sich zu Hause das mal so ein kleines bisschen vorstellen können.